So, Runde 2 von Multi 2 R in The Last of Us. Weiß nicht, wollen wir dann eigentlich auch den anderen Mode noch mal machen? Team Deathmatch? Oh, der ist nicht so entspannend eigentlich. Da hab ich glaube ich eine Runde mal gezockt. Nur für die Tophäe kann ich jede Runde einmal spielen oder so. Ey, Legzeit ist Hammer. Können wir uns alle zusammen in den Bus reinsetzen. High School in R! Ey, oder wollen wir es so machen? Ich record einfach jede Map. Ähm, ja kannst auch machen, aber diesen Modus hier, den können wir gerne später machen. Ja, das wird zu viel. Ich wollte noch ein bisschen in meinen Multiplayer mal reingucken und nicht einfach alles sehen. Es sind doch nur 6, 7 Maps. Reicht doch. Ich weiß gar nicht, wie viel sind es denn? Ich würde eher sagen 8 so. Aber da gibt es doch diese eine Doofung, die wir auch nur einmal gespielt haben bis jetzt. Ja, ähm, Downtown. Die nie ausgewählt wird. Ja, zu Recht. Ja. Egal, wir müssen auch so einmal spielen. So, wir haben jetzt Stamm und Likes eine. Ich würde ein Ende machen, Bernd, ganz ehrlich. Was? So viel würde dich eh nicht interessieren. Da tausend Videos zu spammen lohnt sich auch nicht. Machst einfach ein Video, in dem wir hier zwei Runden zocken und dann ist gut. Da kann jeder mal sehen, was der Multiplayer abgeht. Und wie man Parts machen kann, um Leute zu toten. Eben, die wollen ja nicht unbedingt jede Map sehen. Darum geht es ihnen ja gar nicht. Wir wollen einfach nur sehen, wie der Multiplayer so abgeht. Zwei verschiedene Maps, da haben sie zwei Eindrücke. Schau, schau oder schau. Ja, komm mal. Nur be careful und steck zusammen. Ja, ja, ja. Oh, das macht schon ganz gut. Okay, gut zu gehen. Da brauche ich 159, das ist nur heftig, ey. Warte mal nicht, soll denn die Zuschauer in die Kommentare schreiben, die, die dir das überhaupt interessiert. Ich weiß ja, dass die meisten eher nur Zombie interessiert. Ich kann auch für die Zombie. Eben, man hat so viele Video-Fanix-App-Box zu packen, die vielleicht gar keiner interessieren. Noch einer rausgegangen hat ne Piste ey. Was tut du? Was tut du? Ich bin hinter dir. Warte. Warte. Warte, du bist schon gewesen, ne Piste. Ich hab' den Schutz zu. Oh, die gilt ja alle. Und Tim. Wird mal hinten gemacht. Okay, da wollen wir immer mal einer. Ich brauch' meine Parts, ihr Penner, Alter. Wir müssen die mir rund und lange rauszögern. dann müssen wir noch im zwei geht noch mal so hoch wie es geht man die bisher zwei geordnet reißen denn wir kraft sein hinterher oder verletzt man muss das leben kannst du den ganzen tag kraften ich habe auch vorhin mit kraften ich habe ein kill vorhin gehabt oder vielleicht zwei geht man den gegner das ist nur noch einer ja leider das ist noch braucht die ganze Zeit noch Punkte für das ist der letzte einfach ganz zu smogen und weglaufen wenn wir aber für dich wir bauen uns nicht zu smogen das kannst du auch noch sterben das ist für jeden Fall jetzt boah schluck auf können wir uns alle zusammen hier reinsetzen ja ich darf mal ein bisschen Melee Melee oder Melee Melee ok ey Timbo ich hab mich den Wingen gar nicht gegeben ich hab mich den Wingen ich hab mich den Wingen ich hab mich den Wingen also ich will jetzt nicht sterben bei einem bei einem so wie es Micha was sagt Party People das ist immer so dumm wenn du das sagst kein Auge Na das hat Ollis Partner irgendwie mal gesagt zu den hey try my ass gehen wo ist der wo ist der ich hab da oben ok da kann ich ja gut aus dem Waffen gehen die ganze Zeit hier hinten rumhocken anschießen lassen und wir heilen uns die ganze Zeit ach können sie mal down gehen ich brauch Heilung für meinen Fireflyangriff ähm ich bin da aber nicht ganz da oben ne so ich muss ja wiederbeleben ja danke wir kommen den unten jetzt so der hat mich hinterher ach ist verarzt von Buster Coy abgebrochen Entfernung zu hoch da ist er da hinten ist er da hinten ist er hier kommt du wirfst sie so hoch die fliegen 30m nach vorne warte kann ich irgendwas machen nach oben ich kann sie sehen Na, los! Okay, nice! Doppelt! Wir kippen! Weil davon muss ich husten! Kann ich husten? Ich glaube, das ist Fleischfilz, da sind glaube ich drei Dinge, die du neu festen kannst. Yo, das ist richtig! Bin weg! Bin weg! Na, geh auch mal ohne Kraften! Fadekraften! Habt ihr Pistolen-Memissionen? Oh scheiß drin! Los da hin! Ich weiß! Ist doch klar! Ich weiß! Ist doch klar! Da war ja gerade um uns abfahren! Unentschieden ist ja nur, wenn es Fläche anfängt! Eben! Ja, ich hab schon so lange nicht mehr gespielt! So eng! Ja! Wenn man ganz nach Battlefield spielt, dann kommen wir auch nicht mehr klar! Ja, okay! Was da, Mania! Hoi da! Hau da! Let's go! Ja! Du musst jetzt auf jeden Fall ne Runde verlieren! Ich muss den Motorstecker ziehen! Moment mal! Ja, du kannst doch sowieso ein paar krank werden lassen! Die feigen doch dann eben nach diesem Firefly einfach! Schau! 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 Wohin! Wo denn?! Dem heim ich schnell! Ich ne was so! Brauch ich ja weh? Ja, du wirst doch besser! Ja. Gibt's die Horden da mit, da geht'n da ab ey. Komm raus, du Wichser. Kann ich nur ein Schiff schaffen, das bräuch ich natürlich überhaupt nicht. Ah, der Funzucker killt mich ey. Laut ab! Ah, verdammt auch noch. Revive me, please. All done, let's go, all done. Let's go. Affordi. Ah, thanks. All the other. Oh, gib das denn, gib mir mich ja. Wird's exekutieren, dann kriegst du ein paar mehr. Ja, ich guck mal bei der Fixed-Kamera, er oben bei dem Holz, wo wir da in der Mitte, rechts vom Spawnhaus da ist er, wo wir da noch was einsammeln könnten, kommt jetzt die... Da ist einer! Ja, genau, der. Decker an die Sao. Der andere People ist hier, in der Mitte, der kommt jetzt auch zu euch rüber. Ach, der andere ist ja auch. Ach, der andere ist ja auch. Hinter dir, hinter dir, Olli, hinter dir, Olli, hinter dir, Olli, hinter dir, Olli. Die Schiffe. Olli, nicht killen! Olli, was machst du denn? Ich mach mal vor, ich soll da abhauen oder noch eine Dose anzusammeln. Ich mach mal vor. Ach, die People, man. Da kommst du nicht, warum ich dich umgelegt hab und vor ihm stehen bleiben und ich die Schnauze poliere. Wo du erst exekutieren wolltest? Nein. Was sind so drei Wunden verlieren? Oh, ich hab mal 40 von 151, ey. Wie geht das schon mal? Wie geht das schon mal? Keine Ahnung. Soll das denn heißen? Wenn ich nur 150 von Dingen hätte, dann wäre das okay. Werde angeschossen. Werde angeschossen. Zurücktreten. Jetzt ein Trap. Stand down. Ich hab einfach jemanden da unten geschossen. Ich hab jetzt aber nicht ganz. So, wir werden. Wenn's dann die anderen schaffen. Ich glaub's wohl nicht. Ich hab's einfach nicht über diese scheiß Fensterschulde da. Das Ding zu werben. Ich hab's einfach nicht über diese scheiß Fensterschulde da. Ich hab hier noch einen Daumen gemacht, also aufpassen jetzt. Ich hab auch einen Daumen gemacht. Ja, dann keinen mehr töten, keinen mehr töten. Ah nee, der Horrorflip, der ist wieder am Leben. Gut. Der heilt bestimmt wieder den einen. Oh, falsch. Verwischen wieder am Leben, ich brauch das. Für die Herausforderung. Danke. Mach doch, Mann! Ich bin von so nem... Wer hat die Maske oder aufkackt? Oh, nein. Leatherface. Ka und deine Maske da. Jason. Jetzt töten wir keinen mehr, sonst liegt vielleicht gleich bald. Ja, so ähnlich. Bestimmt, oder? Oh, hier ist einer. Boah, der hat mich weggebamst, ey. Boah. Der hat bestimmt die Shotgun da geklauft, oder? Ja, der hat irgendein Shotguner, der gab... Alter. Der andere ist aber auch da. Der hat den anderen, glaub ich, gekillt. Der hat im Headshot gegeben. Ja, dann keinen mehr töten, keinen mehr töten. Der hat da einen Nagelbaum reingeworfen. Der hat angehebt, also. Der hat seinen Augen gemacht, ja, Leute, also. Der hat überlebt. Ja. Ich hab im selben Moment aber einen Nagelbaum schon geworfen. Vorher eigentlich schon. Da hast du hier hochgegangen. Aber gut, der hat überlebt. Ey, ich mach mir nachher auch Spaß. Einfach mal... Äh, die Shotgun-Klasse da. I'm all done. Let's go. Das ist aber spaßig. Ich geh mal zu try'n. Der hab ich jetzt noch nichts verstanden. Ey, hallo nicht ab! Ja, wir müssen jetzt aber verrechnen. Ich hab mal da schon, du brauchst ab, ey. Warte mal, ich lass mich mal kill'n. Wie sind die? Ey, mindestens zwei müssen sterben, gell? Ich bin schon mal da. Ich hab Molotov, also ich kann mich selber umlegen. Mach! Okay, genau schauen. Ja, genau. Ich hab's dran. Warte, ich hab's dran. Ich wurde von Horrorflow getötet. Alright, good to go. Ey, das sind, das sind Level, oder? Die haben gerade erst angefangen. Ist all, jetzt! Also ist ja fast vorbei. Da ist einer. Ich bin Bärz. Das ist ja fast der Kahl. Du bist ja geil. Ich bin Bärz. Das ist ja fast der Kahl. Okay, schön. Das heißt, Edukation. Jetzt hab ich einen Mund in den Kopf. All done. Let's go. Oh, Scheiße. Das macht ne Pisse, ey. Ein Tourist? Okay, ich hab ja einen Daumen gemacht, ich lass ihn aber mal reisen. Ich troll den. Nein, lass ihn weg. Geh er weg. Was? Du schießt mir der Sniper ab und ich bin sofort weg. Headshot? Geht nicht dabei, aber ich weiß nicht, wie hat die Angezeigt? Ja, die Headshot auch. Das heißt, wenn es trotzdem, du kannst einen Headshot geben. In der Regel bist du trotzdem erstmal down. Nö. Doch. Ja, nicht beim Headshot. Doch. 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 Hab zwei Daumen gemacht, einer hat wieder belegt. Ja, ich hab aber zwei Daumen gemacht. Achso, ein. Ich hab aber zwei Daumen gemacht. Hm. Oh. Jetzt war ich auch auf einmal da unten. War bestimmt ein Headdy. Der hockt auf dem Dach hier. Hello. Hallo. Er hat grad zwei Endkill-of-killen hier. Hehehe. Da war Tim. Hey, run here! Shoot the board! Nein! Er hat grad alle killen. Oder zwei. Hast du ihn immer zum reinwerfen? Lust, dass du so viel Zeug immer uncraften? Alter, ich weiß nicht auf welchen Schiff ich bin. Was schießt denn da rum? Glaubst du nicht jetzt cool? Wirst du einmal verlieren und dann gewinnen, ne? Ja. Dann hab ich nie im Leben meine Partei. Cover me. All done. Let's go. Warte, wie geht's ab da? Bei dir fliegt ein Headdy dabei vorbei? Ja, ich hab mein Headdy gekauft, wie grad dann du überlegen hast. Hahaha. Ich glaub, die Zombie-Apocat-Obser bricht jetzt aus. Glaub ich auch, ne? Ich muss, ja, ich muss schnell High-Rounds, muss ich schnell trainieren, ja. Mal runter. Warte. Warte. Warte, du musst ein trainieren. Wenn ihr voraus geht, dann geht. Ja, was da hätt World War C auch gut gefunden, wenn Brad Pitt im Kreis gerannt wäre und getrained hätte. Schau, er hat einen Räumen! Okay. Schau uns an! Einen hab ich da rumgemacht. Ist da auch Offlow wieder? Ich gönne mir jetzt geröstete Gegners, ey. Oh fuck! Der mit seiner scheiß Schottkrank kommt auf einmal um die Ecke. Das sind drei Gegner, ich hab mir einen Flammenwerfer! Wunderfucker! Ein Flammenwerfer! Was? Der Flammen hört sich so an, oder was? Das war geil, oder? Das ist ein übelst komisch an heute. Ich lade, ich bin nach vorne in den Spielen. R1. Drücken. Achso, wenn ich nicht ziele. Schau wieder. Schau wieder. Bernd, ich gönne mir! Du bist nicht alle drei, Olli. Mach's mir hier weg. Das haben wir. Die sind beide dort. Einen kannst du killen oder überleben oder selber sterben. Whatever. Whatever. I don't need ammo. Oh. Let's see him take this! Let's move! Der einen hat voll gehittet. Oder auch nicht. Ja! Gut. Jetzt gewinnen. Aber gib mir ein bisschen Zeit. Erstmal mich alle killen. Was? Oder da unten mal. Willst du alle killen? Nein, 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 nein. Du sagst ja nicht alle von 30 Kunden abschlachtet. Also mach mal. Du bist nur noch ein bisschen was craften. Ich bin bei 130 von 159. I to be, ey. I to be, ey. Das ist das Beste, wo gibt, Digga. Flambeer fand übelst wenig Muni, ey. Wir haben gerade noch Flambeer verkauft und dann noch einen Pack extra, ey. Und dann noch zwei Gegner, also gerade eben gereicht, ey. Du bist auch ein Flamer, muss man auch sagen. Ja, toll, jetzt kommt da hinten rein. Aber was soll denn die Scheiße, ey? Wie gesagt, schlafen wir nicht alle so schnell ab. Ich hab zwei schon... Warte mal. Long Range Kill stand da gerade. Hast du die Sache sich killen? Also down gemacht? Nee, nee. Sind aber beide da. Alle vier da, meine ich. Der ist wieder oben. Nein, 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 nein. Ich hab' den Kaffee einfach so abschließen, also platt machen und dann werden die vielleicht wieder belebt. Er hat gerade auch funktioniert Gut was da Die shotgun reicht echt bis dort hin Mann Komm her du Hund ey Ich habe einen gekillt, aber sei auch tot Es sind zwei dort Der hat richtig angefangen zu brennen Dann schlägt er so ein bisschen um sich so Und dann ist er tot Die waren beide dahinten Ja Oh Michael, für das Bleist hast du? Boah ich habe ihm die Schnauze eingeschlagen Aber was da ist, Timbo ist direkt links von dir Und jetzt sind beide da drin in dem Haus Jetzt wird das Haus Was? Mach's da Mach's da Achtung Molotov Ja, sehr schön Da tun wir das How the fuck, dude Why? How the fuck, dude Könnte so gerade eben reichen von den Supplies her Drei Ecke drückt halt ne Drei Ecke drückt halt ne Michael Ich habe schon mal Das ist für ihr Leckseid Drei Ecke drückt Drei Ecke drückt Drei Ecke drückt